Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hexed Remastered zusammen mit dem Wildlife Circle. Und Baloui. Okay, und Baloui. Okay, Baloui zählt sich selber nicht dazu. Ich bin Baloui und ich bin alles. Ich bin Baloui, der mächtige Feuermagier. Was ist das da abrufen eigentlich? Baloui und die Balouis. Was? Wir müssen später Baloui aus dem Biskut rausschmeißen. Achso, okay. Nein, den müsst ihr gar nicht. Was ist das? Wo gehen wir hin, Baloui? Keine Ahnung, einfach weitersuchen. Nee, Blöcke. Was ist das? Oha, da hat jemand einen Battle Tower geschickt. Warum wird das hier eigentlich nicht zu Wasser? Okay, nix dran. Hast du einen Eimer mit Miri? Weil das Packed-Eis ist und nicht Eis. Ja, aber verpackt das Eis doch sonst wo. So. Guck mal, ich kann das... Mia, ich hab ein Buch für dich. Warum wirst du da rüber? Okay, ich bin gleich da. Weil das so viele Mobs sind, oder wie? Ja. Nee, du bist doch da. Das sieht gut aus. Oh ja, ich bau dir einen Weg. Soll ich einen Jump'n'Run-Weg machen, oder? Da. Ein Buch für Mia. Ich bin ja auch gleich da drüben. Äh, Miri, siehst du das auch? Ist das ein Drachi? Ist der da... Uh, da müssen wir... Uh, 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 uh. Äh... Aua! Alter, hast du das gesehen? Ähm... Hey, chill! Ich wollte nur sagen, wir werden bald ein Problem haben. Was ist das für eine Scheiße? Kannst du... Sollen wir uns hochbauen? Aus Platzgründen, oder? Die Mob-Ton wird gleich überlaufen. Nein! Hier, sollen wir uns einfach hier geradeaus hochbauen? Ähm, ja. Da müssten wir auch irgendwie zum Drachen kommen, oder? Hast du denn schon die Ice-and-Fire-Blocks gesehen? Was? Ice-and-Fire-Blocks. Ja, normalerweise sind die Höhlen immer... Da, da! Ice-and-Fire. Das meine ich. Da ist die Höhle. Soll ich das erst mal deaktiviert? Ja, das macht's ein größer Fuchs, wenn du alles in die Höhle ziehst. Oh! Ähm. Aber der Drache ist nicht hier. Äh, der ist verschwärter. Moment. Da ist ein Baluja, aber besser. Aber er ist böse. Was? Ich kann Baluja aber besser böse sein? Nein, meine Schwert... Nee. Nee. Wie nee? Hä? Was ist hier los? Mein Schwert ist schon wieder weg. Huh! Der Zuschauer hat wohl recht. Ich drehe ja im Rad, ehrlich. Ohne Witz. Dieser Arschkeks, Alter. Baluja aber besser. Ich mag ihn. Ich mag ihn. Er ist mir sympathisch. Alter, ich kriege da echt einen Herzinfarkt. Was soll denn die Scheiße? Baluja. Ja, wo ist hier jetzt mein Schwert? Oh, ich drehe durch. Miri töte ihn mal. Ja, ich kann nicht. Ich werde die ganze Zeit da erst tot. Auf Feier. So, wo ist jetzt mein scheiß Schwert? Das jetzt erst mal der lieben Mia zu. Gucken, dass sie es aufgenommen hat. Hat sie gemeint. Baluja, aber besser war nicht nett. Das war kein netter Baluja. Aber Baluja, aber besser ist besser als Baluja. Alter, wo ist mein Schwert? Was ist das? Da ist es, da ist es. Das war ein wütender Steingeist und der hatte ein Stück Kohle dabei. Jetzt reizt ihr mal, Mann. Oh je. So. So. Halleluja. Aber jetzt sind wir, wie haben wir den Ofen hier geklärt? Ja, aber wo ist der Drache? Hä? Er scheint außen draußen gemacht zu sein. Ist irgendwas in den Tüten, in den Kisten? Dann kann ich ja mal plündern, solange der da ist. Leute, hat irgendjemand von euch eine Enderpearl? Nups. Da, Louis, da ist ein Drachenei. Kann sein, warum? Weil ich eine bräuchte. Weil der Drache lebt doch noch. Ich bin aber nicht da. Ja, aber hier ist ein Drachenei drin. Aber es ist kein Drachenei. Da, doch. Doch, das ist, oder? Das ist ein Drachenei. Die können eigentlich ein Kisten. Ja. Aber der Drache ist doch noch hier drauf. Der wird doch jetzt ragen, oder? Wir haben sein Ei genommen. Ist schon okay für ihn. Auf Wiedersehen, Herr Drache. Ich höre ihn halt. Hörst du ihn auch? Ja, natürlich. Der ist doch da irgendwo dran gefackt. Hä? Boni, wenn du was brauchst, frag dich rein. Der kommt gleich bestimmt hier rein. Oh, ich hab das gerade noch in der Pearl. Wo ist der denn? Brauchst Obsidian. Hä? Brauchst Obsidian? Ja. Ähm. Eisen und Stein. Gibt es da noch eine zweite Drachenhöhle? Ne, Obsidian habe ich tatsächlich keins. Das ist... Gehen wir einfach, buddeln uns einfach nach oben. Kein Obsidian hat. Wir haben doch alles, was wir wollten, oder? Aber... Hä? Das ist der seltsamste Drache der Welt. So. War der in die Wand gebacken? Ja, aber der könnte halt vielleicht noch ein Drachenei dabei haben. Ja, eben. Deswegen, ja. Ich hab nix mehr zu essen. Hat auch Mildone. Und Kekse. Das ist eine gute Reiseversorgung. Kekse sind so wichtig. Warte, der war hier. Ich hab mich nie hier zu geboren. Der muss hier noch irgendwo sein. Der kann nicht weg sein. Warum nicht? Vielleicht ist er inzwischen gestorben in der Wand. Er ist verhungert. Er war hier. Ich sag es euch. Er ist verhungert. Ja. Ja. Er war doch hier. Ja, Miri. Ich hab keine Ahnung. Komm mit. Wir fliegen jetzt einfach nach uns. Oha. Was hast du geboren? Was ist? Du hast nen Freund in mir. Hier, hier, hier ist er hochgeflogen. Miri, hier. Ich hab jetzt auch so nen Freund. Wie du Miri. Ja, ja. Komm hier. Siehst du, hier hat er alles kaputt gemacht. Ach so. Der ist so ein bisschen geraged, dass wir da seine Sachen kaputt geklaut haben. Er ist nicht wirklich in Lava verbrannt, oder? Der Vollidiot hat sich einfach... Er ist in Lava verbrannt. Alter. Er ist der dümmste Drache aller Zeiten. Alter Schwede. Ich weiß hier nicht, wir müssen erst die Lava zubauen, bevor wir ihn loben sind. Ich weiß. Jetzt geht das alles kaputt. Ach du meine Güte. Aber es sind Drachen nicht feuerfest eigentlich? Das ist ein Eisdrache. Brauch ich ihren Stab. Ach so, ach ja klar, das ist ein Eisdrache. Aber ja auch Eisdrachen sollten feuerfest sein. Könntet ihr mal schlafen gehen, bitte? Wir hatten nicht mal einen schwierigen Kampf. Nee, er hat sich einfach selbst umworfen. Er war einfach zu sehen und dachte. Er war einfach zu sehen und dachte. Er ist wieder da sehr gut. Wir sind hier in den Schlafen. Ich hab gerade vor Dabok. Oh Mann. Sehr schön. War gerade irgendwie alles gleichzeitig. Telefon hat geklingelt. Hör? Der riecht kurz da in den Stab, Mia. Wie konnte denn das passieren? Oh, ich fang auf. Das Buch habe ich hier zugeworfen. War das jetzt alles an Lava? Nee, da ist noch. Boah, ich bin jetzt klar genug dran. Dann haben wir hier nicht gerade noch Kisten? Ah doch, reicht jetzt. Was hat das für ein Lava-Ding hier? Ich weiß aber nicht warum. Keine Ahnung. Hat ja kommentarlos gemacht. Oh, wir sollten vielleicht jetzt also nicht alles wegschmeißen, ne? Sondern wir brauchen ja jetzt alles wieder neu. Scheiße. Wir konnten die doch direkt nebeneinander setzen. Oder sollten wir einen abschließen? Jetzt haben wir nichts mehr. Oh nein. Wir haben gar nichts mehr, ja. Selbst wenn ich jetzt meine OP-Schwerter verlieren sollte, mein nächstes, dann würde ich keinen Ersatz-OP-Schwert im E-Finn. Ich hab noch Schwerter. Mia, unter dir ist dein Stab. Boah, hast du einen Wassereimer dabei? Nee, oder? Okay. Nee, aber Enderperlen haben die Jungs doch gebraucht. Ich hab Enderperlen, habe ich eben schon gesagt. Naja, ich hatte auch noch eine tatsächlich. Aber wir brauchen sowieso Enderperlen, also von daher. Besser haben als nicht haben. Haben oder nicht haben, das ist die Frage. Das ist die Frage. Gut. Wie konnte das denn hier passieren? Wir haben eine dumme Drache vor allen Dingen. Voll in den Lava-Hökanen reingeflogen. Ich bring mich lieber um in Lava. Man hat mir mein Kind gestohlen. Ich will nicht mehr leben. Wir brauchen mal das so ein paar Chests, die ich da brauche. Er zuckt immer noch so, wenn er in der Tod ist. Bisschen gruselig. Ich habe noch nie erlebt, dass sich so ein Drache an Lava festgebackt hat und gestorben ist. Ich weiß nicht, es wäre schön, wenn er aufhört zu brennen, ich sehe nämlich nichts. Also du brauchst Quarz. So, wir geben einmal Oni, wo ist Oni da? Ich glaube, das war's mit der Lava. Ja, wir dürfen den aber erst looten, wenn Lava weg ist. Ja, das ist klar. Ja, das ist Emeralds. Kein Bucket. Ja, das Emeralds braucht das Ding ja kein Zwei. Hier haben wir Holz. Gold? Warum brauchst du Holz? Dann könnte ich uns ein Crafting Table machen. Mit einem Crafting Table könnte ich einen Eimer mit Wasser machen. Und dann geht das schneller. In der Zeit habe ich schon eine Plattform gebaut. Wollen wir mal sehen, wer schneller ist. Leute, ich kann nicht alles nehmen. Nimm, nimm. Wieso ist Sohra das neue ME oder was? Ja, gerne. Das neue ME. Sehr schön. Ja, ne? Dann ist ja leicht. Ich kriege das dann halt auch mit Ansage. Ich habe Quarzblöcke. Kann man aus Quarzblöcken? Ne, kann man nicht schlafen. Okay. So, fertig. Ich auch. Nein. Gut. Auch schon. Brauchst du sonst, Thomas? Natürlich. Ja, ja, bei uns muss man aufpassen, was man sagt, ne? Der Drache hohrt halt nicht aufzubrennen. Das ist los mit dem. Ich hatte noch den ganzen Lüge von der letzten Folge dabei. So, dann gucken wir mal, was da so drin ist. Das ist auch sehr schön. Wer hat mir die Potion Backstree geworfen? Da ist noch ein Ei. Ich nicht. Und das Schild. Ich nicht. So rar. Hast du es? Ich glaube, das war das halt wirklich nicht. Das war kein Ei. Das war nur ein Eis, Dragonheart und Fleisch. Wie machen wir das weiter? Silber. Oh, Silber. Ich habe auch ein silbernes Vieh. Niemand darf auch einen silbernen Drachen haben. Hier hast zwei. Hol nicht rum. Ja, ich habe zwei. Also, wir haben halt hinten in der Kiste noch jede Menge Marble. Und diese Constellation-Dinger. Tja. Okay, so kann es gehen. Cool, danke schön. Ein Buch übrigens habe ich gefunden. Auf zurück. Ich weiß gar nicht, ob ich den Drachen ausrufen will, wenn die Mutter so unfähig war. Ich weiß, dass die noch richtig waren. Ich fliege mal nach Hause, du weißt, wo der Weg ist, ne? Aber ich bin nie durchgestiegen so richtig. Astral Sorcery? Ja, das war so. Warum war die Stelle überhaupt markiert? Ich will hier eigentlich irgendwie ein Questbuch. Nee. Ja, das wäre einfacher gewesen. Ja, Astral Sorcery ist ohne Anleitung echt nicht so leicht. Dann würde ich sagen, fangen wir an, einfach uns nach dem Buch zu halten. Okay. Oh, cool. Also, ich habe diese Linse. Oder, wo ist die denn jetzt hin? Hat sie doch gerade eben da. Dieses Fernrohr, das habe ich noch. Aber damit konnte ich schon irgendwie nicht... Das Problem ist, du brauchst halt hauptsächlich Nacht, um mit Astral Sorcery zu arbeiten. Ja, geht so, ne? Also, vieles geht nur mit den Effekten in der Nacht, das ist richtig. Aber du kannst viel nicht vorbereiten am Tag. Genau. Achso. Du musst einfach irgendwo in ein Lochboden, was da rein tun, Ei reinschmeißen. Da ist nichts Besonderes dabei. Also, ich war jetzt eine der letzten Folgen, wo wir uns mit Astral Sorcery beschäftigt hatten. Muss ja irgendwas sicheres sein. Ja, eigentlich nicht so. Also, schon vor Nacht und so, aber sonst... Ja, richtig. Wo ist das, Emi? Also, ich hatte diesen, diesen, diesen... Haben wir irgendwo noch einen Eimer? Ich brauche deinen Eimer. Ja, komm zu mir. Miri, ich habe was für dich. Für mich? Ja. Oh. Wollte dieses Teleskop machen. Alter, sieht das schwer geil aus. Das ist Gold. Das? Das Looking Glass. Ich habe auch schon zum Beispiel... Was hat das für ein Base Damage, Miri? Was ist denn das? Was hat das für ein Base Damage, Miri? Sag mal. Das ist extra für Hühner, Balloni. Warum? Okay, dann tüte mal damit eine Hühner. Warum schreit das Fuchs jetzt? Was ist hier unten los? Da steht einer mit einem 25 Meter Schwert. Hä? Ja, du. Wieso hat das 25 Meter? Ja, ja. Dein Schwert ist zwei Blöcke lang. Musst du irgendwas kompensieren? Ja, es hat, glaube ich... Warte mal. Ich glaube, es hat eine lange Rechte-Range. Guck mal, auf solche Distanz, ich dich treffen kann. Ja, ich kann dich auch mal hauen. Ach, wir gehen. Siehst du, das geht halt schon sehr, sehr groß. Ja, interessant. Gut, dass ich auch immer wegfliege. Da ist ein Huhn. Da ist ein wildes Huhn, Miri. Lass mich das Chicken erledigen mit meinem Chicken-Schwert. Oh Gott. Er hat sie... Das war ganz anders als sonst. Hallo. Dummer Balloui. Ich töte jetzt im Übrigen den Balloui. Nein. Oh Gott, Leute. Es ist eifersüchtig. Offensichtlich. Es muss eifersüchtig sein. Das ist nicht okay. Das ist das Bessere Balloui. Es war Bessere Balloui. Du hast Bessere Balloui getroffen. Das ist mein Anrecht. Du darfst doch nicht so groß. Ich darf das. Wann hast du denn Rechte? Ich darf das. Das ist halt meine Entscheidung. Ihr dürft hier nicht mich austauschen gegen irgendwen, der besser ist als ich. Schön, dass er zugibt, dass er besser war. So, und jetzt müsst ihr die Folge beenden. Miri, du musst die Folge beenden. Ich glaube, das möchte sie jetzt nicht mehr. Jetzt muss Balloui einen neuen Besseren Balloui finden. Ich habe keinen Lassung. Wo ist Balloui? Ich bin ganz weit weg. Balloui. Ganz weit weg. Und kreuz und quer. Du kannst mich nicht finden. Balloui. Du kannst mich nächste Folge suchen. Du kannst erst einmal die Folge beenden. Balloui. Du findest mich nicht, vergiss es. Es ist schwierig. Es ist sehr schwierig. Es ist... Na gut, dann war es das mit der heutigen Folge. Wenn ihr sehen wollt, wie Balloui nächste Folge stirbt, zahlt ich morgen wieder ein. Ansonsten guckt bei den anderen vorbei, was die so gemacht haben. Die Links sind in der Videobeschreibung. Ansonsten macht es gut. Und tschüss. Bleibt schön feurig. Wappen, wappen. Was ist das denn nicht mein Schmerklein? Nein. Oh, guck mal, da ist noch Obsidian. Cool. Hallo zusammen. Hallo. Bis zum nächsten Mal.